So, moin, die Grigule ist wieder hier, beziehungsweise mit dem Dritt-Account jetzt erstmal noch. Ich habe keinen Bock gehabt, der jetzt umzulocken, deswegen. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, den Rothirsch zu bekommen. Und der war gerade der Call relativ nahe aus der Ecke, wo ich jetzt hingucke. Also, nicht wie der letzte Folge da hinten, sondern hier vorne. Deswegen, schauen wir mal, ob wir den Burschen eventuell noch ans Leder können. Der Call war auch nicht allzu weit weg, habe ich so das Gefühl gehabt. Deswegen, wir gucken mal. Ob wir da eventuell noch was finden. Gut, bei Rothirschen ist es ja so, die Callen relativ laut. Und man kann sich schnell mit der Entfernung, die der Rothirsch da callt, verschätzen. Das heißt, auch wenn der Call relativ laut war. Der ist jetzt eindeutig, ihr seht es, da ist nichts. Der ist hinter dem Bergkoppel. Das sind also zwei, die hier rumlaufen. Weil so schnell kann der von da nicht nach da gerannt sein. Das ist interessant. Dann schauen wir doch mal, ob wir die eventuell doch beide finden. Tiefste Gangart, ihr kennt das. Schön kriechend. Aber hier momentan sehe ich noch nichts. Ich dachte, ich hätte gerade etwas gehört, aber war das wohl doch nicht der Fall? Ich habe auch keine Spuren bisher gesehen. Ist natürlich jetzt auch gerade von der Windrichtung her sehe ich jetzt auch gerade total für den Eimer. So, was haben wir denn hier? Hier ist zumindest mal eine Spur. Die geht aber in diese Richtung. Trabelt. Das ist wiederum ein Dammhirsch. Die Richtung. Das ist die gleiche, die geht in diese Richtung. Also ich schätze mal, ist der vor uns in diese Richtung gewandert. Reine Vermutung von meiner Seite. Reine Vermutung. Aber ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt. In dieser Gegend habe ich schon mal mit meinem Hauptaccount, mit Grigol, hier Dammwild gejagt. Noch gute bekommen. Keine Diamanten. Ist auch nicht nötig. Ich muss auch keine Diamanten haben. Goldene reichen völlig aus. Und die gibt es hier. So, das heißt im Klartext für uns jetzt. Wenn wir jetzt diesen Rothirsch, von dem ich gedacht habe, dass er hier vorne irgendwo wäre, nicht finden, dann gehen wir jetzt einfach mal in die andere Richtung, wo der andere gerade gecallt hat. Von dem ich immer noch vermute, dass es ein anderer ist, dass es ein zweiter ist, also nicht der gleiche. Versuchen wir dann halt trotzdem irgendwo mal einen zu kriegen. Oh, da ist ein Dammhirsch. Aber von dem haben wir jetzt in der letzten Folge genug schon geschossen. Also der ist die gleiche Gewichtsklasse wie die anderen beiden aus der letzten Folge. Der ist jetzt nicht mehr so interessant für mich. Vor allen Dingen, wenn dann mein Lieblingswild auftaucht, nämlich der Rotwild, das Rotwild. Der Rothirsch. Da will ich doch lieber dem nachstellen. Den versuchen zu bejagen. Da wäre ein Schwurzschrei. Uninteressant. Ich habe hier doch keine Grotenspur gefunden von dem Rothirsch. Aber Stufe 6 ist schon eine ganz ordentliche Marke. Der ist also nicht schlecht. Der 6er. Allerdings, der hat schon länger nicht mehr gecault, der Bursche. Das ist jetzt wahrscheinlich der Rotirsch. Ich dachte, es wäre jetzt eventuell das Dammbild. Vielleicht kriegen wir den ja doch noch. Wie gesagt, schön wäre es. Weil, wie gesagt, Rotwild ist so... ...ist für mich eines der schönsten Wildtiere überhaupt. Von der Statur her, von der Größe her. Natürlich auch vom Geweih. Klare Sache. Ruf schreit, glaube ich nicht. Das klang eher ein bisschen alles anders. Aber das andere... Das klang eher wie ein... ...Warnruf. Würde ich mal so behaupten. Das war auch relativ nahe. Hm. Hm. Hmm. Ihr merkt es, wenn ich schon nichts sage, dann bin ich angespannt. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ganz leicht, ganz, ganz leise. Es wird auf die Aufnahme nicht mit drauf gekommen sein. Ich meine, so ganz leichtes Geräusch gehört zu haben. Deswegen schleiche ich auch jetzt ganz langsam voran. Aber ich sehe derzeit hier nichts. Was ein bisschen schade ist. Denn ich hatte eigentlich gedacht, dass hier vorne einer stehen würde. Aber anscheinend ist das nicht mehr der Fall. Schade. Das ist nämlich auch das Schöne am Rotwild. Die sind sehr aufmerksam. Ein Rothirsch nahe zu kommen ist schon fast schon ein bisschen schwer. Ich hätte gerne mal wieder eine schöne Aufnahme von dem gemacht. Ja, da ist er. Ist aber schon weit weg. Dann ist er doch in die Richtung der hinten gewandert. Schade. Ich dachte, man hätte ihn jetzt mal eben schnell verschießen können. Aber. Nun gut. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr in diese Richtung. Halten aber die Augen offen. Der Wind hat auch noch gedreht, wie ich gerade feststelle. Super. Ist natürlich jetzt gerade unpraktisch. Zumindest. Rothirsch. Warnruf. Nein. Die Waffe. Der wittert uns. Das ist jetzt übel. Das ist jetzt blöd. Wir versuchen mit dem mal von hinten zu umgehen. Naja. Der bemerkt uns. Der wittert uns. Der Wind läuft genau in seine Richtung. Ist auch relativ windig. Der merkt, dass wir da sind. Da gibt es auch nur eins, was man machen kann. den umgehen. Dass man aus dem Windkegel heraus ist. Und dann versuchen das Ganze. Da vorne irgendwas. Ne. Dass man von der Seite versucht, den trotzdem zu bejagen. Windrichtung ist unheimlich. wichtig hier. Wir merken uns immer noch. Der läuft wahrscheinlich jetzt genauso wie wir hier zur Seite. wenn er uns bemerkt hat. Der ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Gesehen haben könnte er uns, aber da müsste er direkt über den Berg gucken oder drüber geguckt haben. oder er hat uns gehört. Aber das ist mir eigentlich eher unwahrscheinlich. Weil eigentlich von der Akustik her würde ich sagen, sind wir leise genug. Das ist mir ganz gut. Das ist mir ganz gut. beruft schreien wir sind außerhalb seines witterungs kegels raus jetzt kann damit der beruft stein ausrufen halt warte mal das war das dann ja das ist aber ein kleiner das ist ein kleiner hat zwar auch stufe 6 aber irgendwie weiß ich das dürfte dürfte eigentlich nicht der gewesen sein weil ich oder pech haben war da das doch wo ist er jetzt hin wo soll er jetzt hin jetzt hinter der berggruppe verschwunden wieder das war aber kein großer 180 bis 210 das ist also das ist ein kleiner also der ist also wir wollen den roten erleben diese folge wenn auch der nicht der war den ich ursprünglich hätte haben wollen der war also nicht sonderlich prickelt das war höchstes höchstfall der silberwert gemäß den enden die er da hatte darüber dass ein kleiner nichts wo ich gesagt hätte okay der wäre jetzt wirklich als tolles gewesen aber ist halt der erste in dieser folge die wir zum zu gesicht bekommen deswegen ich hab nur was vergessen ich vorher zu markieren wo ist denn jetzt hier der anschlusspunkt noch mal da hier vorne ist da was da ist er hier ist noch guter platz natürlich auch noch schnell holen da haben wir schon rot wir stehen als guter platz das guter platz wie gesagt kein großer nix tolles da hatte ich in der letzten folge die eine die wir ganz kurz gesehen haben die hat ein größeres gewalt der war also weiteres besser als das da 193 147 trophäenwertung mittig silber nichts gravierendes zumindest haben wir damit unseren roten gibt hier deutlich bessere habe ich auch schon deutlich bessere hier erlebt das hier ist also besser ein als kein das sind die positionen für die kameras ich muss ja hier die batterie tauschen batterien untersucht die anderen kameras das heißt also hier da sind die ganzen kameras keine außenposten außenposten es dürfte da einer sein hier einer sein eventuell hier oben deswegen ich gehe jetzt noch einmal in diese richtung hier machen wir es da sehen die kameras die werde ich jetzt in dieser folge nicht bearbeiten das möchte ich dann mit dem richtigen account weitermachen mit dem dreh nordal dieser hier ist ja nur der ersatz account für den fall dass die aufnahme mit dreh nordal nicht funktioniert hat oder nicht gepasst hat oder irgendetwas verkehrt gelaufen ist deswegen würde ich nach dieser folge auch wieder auf dreh nordal umsteigen und mit dem dann die aufnahmen für die kameras beziehungsweise was danach kommt noch aufnehmen wir machen jetzt quasi jetzt hier freie jagd wir gehen also jetzt einfach nur durch die gegend die nächsten zehn minuten noch so und vielleicht sehen wir noch was das heißt also wenn wir da jetzt gleich wieder hin gehen bitte uns wieder bittern und wahrscheinlich wieder abhauen ärgerlich ich dachte dass aus der ecke da jetzt keiner mehr käme es wird jetzt mal der eine unter sagen gerne hau drückt das duftspray aber ganz ehrlich das duftspray dieses anti schweiß links da ganz ehrlich ich habe das dumpfe gefühl dass das mittlerweile mal kaputt gepatcht worden ist weil es hat überhaupt keine wirkung oder fast keine wirkung mehr also die wirkung ist wirklich marginal die hält für ein paar sekunden praktisch an und dann ist sie wieder hinüber deswegen also ich benutze das fast nie also nicht mehr früher habe ich es gerne benutzt ja und viel häufig benutzt aber mittlerweile ganz ehrlich nicht mehr da sage ich mir auch ganz klar wenn es den so ist dass das tier mit wird dann ist es halt so weil dieses duftspray ich habe das gefühl dass es halt nicht vernünftig nicht mehr vernünftig funktioniert und vor allem es hält nicht diese 300 sekunden an also ich habe es bisher zumindest nicht so sehr das gefühl gehabt dass das noch mal dass das noch funktioniert ich stehe natürlich jetzt auf der spur drauf deswegen steht der spur untersuchen wir geht zwar erstmal trotzdem mal in diese richtung sind rot hirsch waren ruf ja auch nicht besser als der vorherige nicht besser wird die gleiche klasse ne der war auch nicht besser tut mir leid ich hätte gerne noch einen etwas besseren rot hirsch euch gezeigt aber leider gottes ist das wirklich wahnruf eines weiteren rot hirsch ist fasziniert wo mag denn der sein hätte ich jetzt ein crawler würde ich die natürlich kohlen aber das tut mir leid den habe ich ja nicht da ist mein level noch zu niedrig für da ist nix da ist der rot hirsch da liegt er ungefähr dort ein paar meter weiter aber er liegt dann dort ungefähr auf jeden fall in der ecke der andere rot hirsch der gerade gekämpft hat der ist nicht sichtbar wenn man den jetzt sehen könnte dann bin ich da auch dementsprechend darauf eingehen oder mich an den anpirschen aber so lange ich nicht weiß wo der ist ist das so ein bisschen schwierig und für mich ist es auch eher wichtiger noch zu erfahren und dann noch zu sehen was für einer das ist wenn das wieder so kleiner ist dann brauche ich gar nicht groß an die versuchen da anzupirschen das ist mir dann mittlerweile dann egal ist es natürlich größer wäre das interessanter aber wenn es wieder so klar ist wie gesagt da verschwende ich dann keine energie drauf gehen doch mal großartig nach zu jahren mal zwei in einer folge von dieser gewichtsklasse reichen dicke wir brauchen da keinen dritten für was haben wir hier auch silber wertung war mir schon fast klar das ist keine gold wertung das ist doch nichts da habe ich schon bessere gesehen selbst in real life also der ist also ein junger ein noch nicht vollständig ausgebildeter rothirsch ich dachte ich hätte was gerade auf der linken ohr gehört aber muss mich da wohl getäuscht haben wir gehen jetzt trotzdem ein bisschen in die hocke und gucken mal ob wir denn eventuell eine spur und die anderen rothirsch zu gesicht bekommen um für leicht informationen rauszupolen was das denn wohl für einer sein könnte kann sein dass wir das in dieser folge nicht mehr schaffen wir sind schon bei 26 ein halb minuten überziehen würde ich auch nicht unbedingt denn wie gesagt ich werde nach dieser folge diesen account wieder erstmal beiseite stellen oder wieder rauspacken und dann schauen wir mal wo wir damit sind ein wahnruf der hat uns hat er uns gesehen gehört kann er uns eigentlich nicht haben gehört kann er uns eigentlich nicht haben und vor allen dingen wo ist der weil der wahnruf kommt jetzt hier aus diesen bäumen heraus gesehen habe ich den nicht gesehen habe ich den nicht es kann eigentlich dann nur sein dass der hinter der kuppel ist der müsste dann ja relativ offen gestanden haben da war was da ist was da ist ein rothirsch auch ganz kleiner guckt euch den an guckt euch das kleine mini geweiht an das ist ja nix ist auch von der gewichtsklasse her höchstens an der silber wert da müsste da jetzt hinterm buschberg da war dass ich gerade bewegt wie gesagt also nix wo ich jetzt sagen würde okay da lohnt sich jetzt wirklich noch schuss drauf ich habe zweimal grad ganz kurz die luft angehalten ja aber wie gesagt zwei von der sorte in einer folge reichen dicke aus das ist also nix tolles hier wie ich schon erwähnt habe ich habe hier schon besser gesehen als das aber ihr könnt euch mal halt die die ecke hier merken das ist hier das hier so um diesen pukke maero halt die goschen du blödes wie ich weiß dass du mich gesehen hast wie gesagt das ist also um diesen pukke maero das ganze ausgesprochen wird das ist die rotwild ecke hier hier schießt man rot mit aber wie gesagt das werden wir jetzt heute nicht mehr machen ich würde das auch nicht mehr großartig weitermachen jetzt hier wir sind jetzt bei fast 30 minuten deswegen den einen lassen wir laufen der interessiert mich nicht wir haben zwei kleine Rothirsche zumindest bekommen nicht das was ich hätte haben wollen aber gut kann man nichts machen manchmal kriegt man halt nicht das was man haben möchte in diesem sinne meine lieben ich wünsche euch was bis zur nächsten folge nächsten sonntag haut rein machts gut bleibt gesund und allzeit weit bei zeit ich wünsche euch was ciao ich wünsche euch ich wünsche euch ich wünsche euch